Hallo zusammen! Tesla wird nächstes Jahr tausend neue Mitarbeiter haben in seinen Fabriken. Vielleicht sogar ein paar tausend. Aber es werden keine Menschen sein. Dies verriet uns Elon Musk gestern beim Tesla-Anleger-Treffen. Alles dazu und noch einiges mehr gibt's gleich hier. Macht euch auf ein Feuerwerk an Tesla-News gefasst. Vorher gibt's wie immer noch den Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euer Auto. Ob ihr Gummimatten braucht, Schutzblenden, Jackpads oder auch Performance-Pedale. Hier werdet ihr fündig und ihr bekommt sogar noch 5% auf alle Produkte und fördert hiermit diesen Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen wie immer über Tesla-News. Gestern war das Tesla-Anleger-Treffen und es war ein Fest. Elon, Tesla und die Anleger feierten vor allem die Verabschiedung der beiden wichtigsten Entscheidungen, dem Umzug von Delaware nach Texas und die erneute Annahme von Elon Musks Kompensationspakets. Ein Tesla-Anleger-Treffen ist aber eigentlich neben den Abstimmungen noch wegen ganz anderen Dingen interessant. Vor allem wegen der Ansprache danach von Elon Musk und den Fragen, die die Anleger ihm stellen dürfen. Und hier gab es mal wieder eine geballte Menge an Infos. Bevor wir uns die anschauen, kurz zur Abstimmung selbst. Tesla hat dazu eine Pressemitteilung veröffentlicht, da könnt ihr euch die einzelnen Punkte und wie abgestimmt wurde genau anschauen. Es gab 5 Vorschläge von Tesla, 7 Vorschläge von Tesla-Anlegern. Kurz gesagt wurden alle Vorschläge von Tesla akzeptiert. Die meisten von den Tesla-Anlegern wurden abgelehnt. Tesla gibt da immer eine Empfehlung vorher aus, was sie denn gerne hätten. Und begründen das selbstverständlich auch, was gegen den Willen von Tesla durchkam, waren ein Antrag bezüglich einer Verkürzung der Amtszeit von Bordmitgliedern auf ein Jahr statt bisher drei und ein Antrag auf die Bestimmung zur Vereinfachung bei Abstimmungen. Da braucht man nur noch eine einfache Mehrheit für bestimmte Governance-Stament. Ja, die Amtszeit der Bordmitglieder, die wird wohl dann auf ein Jahr verkürzt. Wobei Kimball Musk und James Murdoch, die gerade hier nochmal neu bestätigt wurden, ihre Amtszeit von drei Jahren vermutlich noch ausüben dürfen. Ich denke, das gilt dann für zukünftige Abstimmungen. Ja, und der zweite Vorschlag, dass man hier eben nur noch eine reguläre Mehrheit braucht, um Anträge von Anlegern durchzubringen, der dürfte in Zukunft dann die Annahme solcher Anträge durch Anleger vereinfachen. Ob das gut oder schlecht ist, das werde ich vielleicht in Zukunft mal mit der Alexandra diskutieren können. Kommen wir jetzt aber mal zum spannenderen Teil für euch, nämlich zur Ansprache von Elon Musk und der Q&A-Session. Elon sagte, wir schreiben für Tesla kein neues Kapitel, sondern wir fangen ein neues Buch an. Und dieses Buch, auch wenn er das nicht sagte, könnte die Überschrift Das autonome Fahren und Roboter haben. Elon kam dann auch gleich auf den Unternehmenswert und den zukünftigen Unternehmenswert von Tesla zu sprechen. Er sagte, all unsere anderen Themen, die machen wir selbstverständlich weiter. Aber im autonomen Fahren, da liegt das größte Potenzial für Tesla in der Zukunft, was den Unternehmenswert angeht. Das und die Bots. Die Entwicklungsrate bei FSD, die verläuft exponentiell. Und wenn man sich die Kurve anschaut und an den weiteren exponentiellen Verlauf glaubt, dann wird ganz schnell klar, wo das hinführt. Tesla wird das autonome Fahren lösen. Und sie werden es monetarisieren. Und zwar in einer Kombination von einem Uber-Geschäftsmodell und Airbnb. Uber bedeutet an dieser Stelle, dass Tesla eine eigene Flotte haben wird an Robo-Taxis. Und Airbnb heißt, dass Tesla-Besitzer ihre Autos in diese Flotte per Klick einbringen können, wenn sie das Auto gerade nicht brauchen. Und damit wird man mehr pro Monat mit seinem Auto verdienen können, als es einen kostet. Klar, und das gibt er auch offen zu, ist er optimistisch, was die Zukunft angeht und manchmal vielleicht zu optimistisch, was gerade Timelines angeht. Aber, und das sagt er auch, ich liefere am Schluss. Und das ist das Entscheidende. Interessanterweise hob er dann ARK Invest hervor und sagte, schaut euch bitte die Research, also die Untersuchungen von ARK Invest an. Denn die bewerten Tesla inzwischen am akkuratesten. Die haben gerade ihr neuestes Fünf-Jahres-Modell raus. Und in fünf Jahren bewerten sie Tesla mit vermutlich 5 Billionen US-Dollar. Und das ist ohne den Bot gerechnet. Nur mit dem autonomen Fahren. Und Elon sagte hier, damit stimme ich überein. Das wäre mehr als eine Verzehnfachung des heutigen Tesla-Aktienwerts. Nur mit dem autonomen Fahren. Und wenn man sich die Bots anschaut, dann wird es noch viel verrückter. Elon rechnet damit, dass jeder Mensch auf der Erde so einen Bot haben möchte. Und langfristig wird es vermutlich mehr, vielleicht doppelt so viele Bots als Menschen geben. Also irgendwas zwischen 10 und 20 Milliarden. Er machte ja ein kurzes Rechenbeispiel auf und sagte, wenn eine Milliarde Bots pro Jahr gebaut werden. Und Tesla hat nur 10% davon, dann wären das 100 Millionen Bots jährlich. 100 Millionen Autos werden ungefähr gerade jährlich hergestellt. Nur das mal als Größenvergleich. Und er sagte, wenn wir den Bot für 10.000 Dollar herstellen können und für 20.000 verkaufen, dann machen wir mit dem Bot jedes Jahr eine Billion Dollar Gewinn. Und das wäre ja nur durch den Verkauf der Hardware noch ohne jegliches Abo. Und wenn ihr das mal mit einem Multiple von vielleicht 20 oder 25 verseht, dann landet ihr ganz schnell bei einer Unternehmensbewertung von 20 bis 25 Billionen US-Dollar allein durch den Bot. Und genau so sieht er das Potenzial des Bots. Plus 5 bis 10 Billionen durch das autonome Fahren. Und Elon sagt, das ist denkbar. Das ist nicht garantiert. Es ist sehr harte Arbeit und sehr viel Arbeit. Aber es besteht die Möglichkeit und es ist eine realistische Möglichkeit, dass Tesla eines Tages 10 mal so viel wert sein wird, wie das wertvollste Unternehmen heute. Wenn ich also sage, wir schreiben ein neues Buch für Tesla, dann wird es das beste Buch der Welt. Das sagte er wörtlich. Ja, dann gab es viele Themen. Ich fange mal mit dem Optimus-Bot an. Zwei davon gibt es im Moment schon in Tesla-Fabriken, die nützliche Arbeit tun, nämlich Batteriezellen sortieren. Es steht eine große Hardware-Revision nochmal an. Bis Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Wir können uns also auf eine dritte Generation des Optimus-Bots freuen. Bei dem wird zum Beispiel die Anzahl der Freiheitsgrade bei Händen und Arm von derzeit 11 auf 22 angehoben. Er wird dann sogar Klavier spielen können. Tesla will damit 2025 in die limitierte Produktion gehen und dann diese Bots bei sich in der Fabrik im Einsatz haben und testen. 1.000 Mitarbeiter in Form von Bots wird Tesla nächstes Jahr in der Fabrik haben. Vielleicht sogar ein paar Tausend. Das sagte er wörtlich. Ein absoluter Wahnsinn. Und die Skalierung, die wird laut Elon Musk dann sehr schnell gehen. Denn wenn Sie ihm heute noch einzelne Dinge beibringen müssen, wie gehen oder T-Shirts falten oder Batteriezellen sortieren, so wird das in Zukunft anders sein. Der Bot wird einem zuhören und dann einfach tun, was man ihm sagt. Auch wenn er das vielleicht noch nicht im Einzelfall trainiert hat. Völlig irre, ein Riesenpotenzial und ich glaube, viele unterschätzen, wie schnell das gehen wird. Kommen wir zum Chip-Design. Denn das kann Tesla auch. Und da gab es auch interessante neue Einblicke von Elon. Hier geht es um die eigens von Tesla entwickelten Chips, die in den Autos verbaut werden. Da hat Tesla vor einigen Jahren bei Null angefangen und hat inzwischen ja die Hardware 3 in den Autos, seit diesem Jahr auch die Hardware 4 in den Autos und die Hardware 5, die kommt bald. Das Design ist bereits fertig. Sie nennen das dann nicht Hardware 5, sondern AI 5. Und zu den Chips sagte Elon, er habe großen Respekt vor NVIDIA, aber heute gibt es keinen besseren Chip, den er lieber in seinen Autos hätte als ihre eigenen. Und dann gab es noch ein paar interessante Infos zur Verwendung der Chips gerade heute in den Autos. Denn Elon sagte, wir lassen die Hardware 4, die in den neuen Autos verbaut ist, gerade in einem Hardware 3 Emulationsmodus laufen. Das heißt, Tesla hat die FSD-Software eigentlich nicht an die Hardware 4 angepasst, wie wir vielleicht bisher gedacht haben, sondern sie lassen die Hardware 4 eine Hardware 3 simulieren und die FSD-Software läuft dann darauf. Er sagte, wir werden weiter auch an der Verbesserung für die Hardware 3 arbeiten. Aber in der zweiten Hälfte des Jahres werden wir anfangen, ein separates Training für die Hardware 4 zu beginnen. Dafür baut Tesla gerade ein riesiges neues Rechenzentrum in der Giga Texas. Die Kameras in der Hardware 4, die haben eine drei bis viermal so hohe Auflösung und auch die Rechenleistung, die ist bis zu fünfmal besser im Vergleich mit der Hardware 3. Tesla wird also beginnen, die Vorteile der Hardware 4 ab der zweiten Jahreshälfte auszuschöpfen. Und wie gesagt, die Hardware 5, die steht schon in den Startlöchern, zumindest was das Design angeht. Die ist dann zehnmal so gut wie die Hardware 4, so sagte er. Und selbstverständlich bekommen nicht nur die Autos diesen Chip, sondern auch der Optimus-Bot und zwar bereits in 18 Monaten. Besonders herausragend sind diese Chips von Tesla übrigens, was die Effizienz angeht. Denn im Auto kommt es eben auf jeden Verbrauch an, denn das resultiert letzten Endes in weniger Reichweite. Die ersten Chips, also Hardware 3, Hardware 4, die verbrauchen wenige 100 Watt. Allein das ist schon eine herausragende Leistung. Und die Hardware 5, die wird zwischen 700 und 800 Watt verbrauchen, so sagte er. Allerdings kann die sich dann der Situation anpassen. Das heißt, in komplexen Situationen wird sie dann eben Spitzenleistung abrufen und da dann eben viel verbrauchen, in anderen Situationen weniger. Und daher verwundert es kaum, dass er dann auch nochmal das sogenannte AWS-Szenario beleuchtet. Das heißt, Amazon Web Services ist hier der direkte Vergleich. Eine ähnliche Nutzung von herumliegender oder herumfahrender Rechenleistung bei Tesla, muss man ja sagen, die ist nicht abwegig. Und er wiederholte nochmal, wenn wir eines Tages 100 Millionen Autos auf der Straße haben, dann sind das ungefähr 100 Gigawatt an Compute, die da rumstehen. Die sollten wir nutzen. Und auch das haben Analysten, die den Preis der Tesla-Aktie ja voraussagen, überhaupt nicht auf dem Schirm. Reden wir mal über das Thema FSD. Hier sagte Elon, ich verbringe sehr viel Zeit mit dem AI-Team. Und das ist genau sein Fokus. Zunächst erklärte er, wie wir die Versionen in Zukunft sehen sollten. Die heißen ja 12.3, 12.4 und so weiter. Und er sagte, vergesst bitte die 12, denkt eher in 3, 4, 5 und so weiter. Zwischen diesen Versionen wird es sehr große Sprünge geben. Tesla wird den Kunden anbieten, nach jedem großen Sprung eine 14-tägige Versuchstrial-Version zu benutzen. Und Elon sagte, zwischen diesen Versionen, da wird in Zukunft eine 2- bis 5-malige Verbesserung, vielleicht sogar eine Verzehnfachung der Zeit vergehen, zwischen denen dann Interventionen stattfinden. Das sind also große Sprünge zwischen diesen Versionen. Und Elon sagte, dass sie es inzwischen schaffen, so gut wie keine Kollisionen mehr mit festen Objekten zu haben. Mit dynamischen? Naja, das ist eine andere, komplexere Sache. Wenn ihr euch mal zum Beispiel eine vierspurige Straße vorstellt und dann eine Kreuzung mit vielen Ampeln, mit vielen Autos und mit vielen Möglichkeiten. Das Problem von Tesla jetzt, das sind nicht mehr die Daten. Das ist auch nicht mehr der Compute. Tesla hat hier genug. Allerdings gibt es ein neues Problem und das ist die Zahl der Interventionen, die einfach schon so gering ist, dass man eben sehr viel fahren muss, bis man überhaupt eine Intervention bekommt. Die Testfahrer, die langweilen sich. Die haben zum Teil nur eine Intervention pro Woche. Und genau hier wird es wieder mal deutlich, wie wichtig die Flotte bei Tesla ist. Elon sagte, dass kein anderer, der nicht Millionen von Fahrzeugen auf der Straße hat, überhaupt das autonome Fahren entwickeln kann. Genau aus diesem Grund. Und das große Problem von Tesla ist heute also, festzustellen, ob ein KI-Modell besser funktioniert als das vorherige oder das nächste. Denn es kann sehr gut sein, dass ein Modell das Szenario 1 gelöst hat, eben dann ein anderes Szenario nicht löst. Und Elon sagte, ein großer Vorteil ist auch das Testen der Software im Shadow Mode, also der direkte Vergleich der neuesten KI-Modelle mit einem menschlichen Fahrer. Das läuft im Hintergrund ab. Wir als Fahrer bekommen davon nichts mit. Aber Tesla kann eben ein neues KI-Modell auf Hunderttausenden von Fahrzeugen testen und mit dem Verhalten der Menschen vergleichen. So, dann reden wir mal über banale Themen, wie den Cybertruck. 1.500 Cybertrucks pro Woche. Diesen neuen Produktionsrekord hat Tesla kürzlich mit dem Cybertruck erreicht. Zum Cybertruck sagte Elon, es ist seiner Ansicht nach das beste Produkt bei Tesla. Und der Lackmustest dafür ist, wenn man mal ein kleines Kind fragt. Auch beim Cybertruck geht die Entwicklung weiter. Er sagte, dass die Foundation-Series, die derzeit verkauft wird, bald beendet sein wird. Und ab nächstem Quartal gibt es dann die Nicht-Foundation-Cybertrucks, die müssten dann 20.000 Dollar billiger sein. Für Europa und China wird Tesla eine eigene Version vermutlich machen. Frühestens nächstes Jahr, sagte er. Aber ehrlich gesagt, ich glaube da nicht dran. Tesla muss den Cybertruck erstmal skalieren und dann die Kosten runterbringen. Und dann können sie über eine angepasste Version für den europäischen oder chinesischen Markt nachdenken. Ja, Elon erwähnte auch, dass das Model Y, ja, das meistverkaufte Auto der Welt sei, das wissen wir. Aber er sagt, dass das auch 2024 wieder so sein wird. Und das, obwohl alle Leute doch Elektroautos blöd finden, oder? Naja, aber Elon hat ja eh nie recht, wenn er was vorhersagt. Das kennen wir ja schon. Dann reden wir auch über so profane Dinge wie das Referral-Programm. Das soll es im nächsten Quartal vielleicht wieder geben. Hier denkt Tesla immer darüber nach, ob sie nicht lieber den Preis der Fahrzeuge senken. Denn das Referral-Programm kostet Tesla eben Geld und macht die Fahrzeuge teurer. Und Tesla macht es möglich, die FSD auch nochmal im nächsten Quartal auf neue Fahrzeuge mitzunehmen. Das hat er versprochen. Und das ist sicher für Tesla-Besitzer, die vor langer Zeit FSD gekauft haben und vielleicht mit einem ganz alten Auto noch unterwegs sind, ein guter Anreiz, hier mal über ein Upgrade nachzudenken. Dann zum Semi-Truck. Da hat Elon gesagt, dass er die Pläne für die Massenproduktion letzte Woche unterschrieben und abgezeichnet hat. Sie werden davon richtig viele bauen. Und das wird auch finanziell sich auf das Tesla-Business auswirken. Und er sagte, beim Semi-Truck ist es ganz einfach. Die Kunden sind rein zahlengetrieben. Ist es günstiger als der Diesel oder nicht? Das ist die Frage. Und der Semi-Truck sei viel günstiger als ein Diesel. Dementsprechend ein No-Brainer für Logistikunternehmen und ein großer Gewinn für die CO2-Einsparung. Denn LKWs, die haben eben besonders große Emissionen, da sie auch dauernd im Einsatz sind. Kommen wir zu neuen Produkten. Und hier wird es natürlich ganz spannend. Der zeigte hier diese Folie. Und wir sehen darauf drei neue Fahrzeuge. Eins davon schaut für mich aus wie ein Van. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Er sagt, naja, viele Leute, die sind ja ein bisschen vorsichtig, wenn es um Robotaxis geht. Die können sich noch nicht so ganz vorstellen, dass das super wird. Aber es wird super. Wir sollen abwarten. Ich bin schon sehr gespannt auf den 8.8. Ich denke, ihr da draußen auch. Dann sagte er auch noch was zur Batteriezellproduktion. Tesla arbeitet da weiter dran und sie kommen auch langsam weiter voran. Bereits in jedem neuen Cybertruck sind die 4680er Zellen von Tesla verbaut. Und es gibt Tesla in Zukunft auch weiter Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, wenn es geopolitische Veränderungen gibt. Gerade die Abhängigkeit von chinesischen Suppliern wird dadurch natürlich besser. Und er sagte, dass sie Ende des Jahres mit ihrer eigenen Zellproduktion günstiger sein wollen als die Zellen, die sie beim Zulieferer kaufen. Sie sind bereits günstiger im Vergleich mit dem Preis, den sie letztes Jahr bei Zulieferern gezahlt haben. Aber die Preise sind eben stark gefallen, nachdem die anderen Autohersteller denken, sie müssen weiter Verbrenner bauen. So, und dann sagte er noch was zum Thema Energie. Hier ist das Wachstum auch unglaublich. 200 bis 300 Prozent jährlich. Davon können wir ausgehen. Und er sagte, dass die Produkte inzwischen auch richtig gut sind. Die Powerwall 3 zum Beispiel. Ein echter Game Changer. Er sagte, bei den meisten Produkten, da braucht man ungefähr drei Generationen, bis die richtig gut sind. Und das ist bei der Powerwall inzwischen der Fall. Beim Megapack sind sie heute bei der zweiten Generation. Da tut sich auch viel. Das ist auch schon ein super Produkt. Und hier verriet er noch was. Nämlich in ein paar Jahren wird es das Megapack Nummer 3 geben. Also die dritte Generation. Und hier wird Tesla immer mehr Technik von Umspannwerken mit integrieren. Das heißt, das wird eine Riesendisruption für den Energiemarkt. Denn Umspannwerke werden in Zukunft durch das Megapack 3 nicht mehr gebraucht. Ihr könnt also die Hochvoltleitungen direkt ins Megapack leiten und es wird funktionieren. Merkt es euch? Er hat es jetzt schon gesagt. Das sind so viele kleine Details, die ich am Anlegertag liebe. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da für den Algorithmus. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Abonniert den Kanal. Macht die Glocke an. Ich wünsche euch was. Und wenn ihr zwischen dem Fußballschauen noch euch für Tesla interessiert, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt.